Hallo, mein Name ist Hartmut Knorr. Ich bin Experte für das Thema Gesundestraining 2.0. In diesem Video erkläre ich Ihnen die Kölsche Formel. Was ist die Kölsche Formel? Mit der Kölschen Formel wird der Bruttoertrag des betrieblichen Gesundheitsmanagement gemessen an den ersparten Fehlzeitenkosten ins Verhältnis gesetzt zu den Kosten der durchgeführten Gesundheitsmaßnahmen im Betrieb. Die Kölsche Formel ergibt sich aus dem Produkt des Ertrags von Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung und den Kosten, die durch diese Maßnahmen entstehen. Das Ergebnis ist der Return on Invest ROI. Ich möchte das anhand eines Beispiels aus der Praxis erläutern. Die Firma AGMBH ist ein Unternehmen der Informationstechnologie mit 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Krankenstand im Jahre 2010 verursachte Entgeltfortzahlungen von 630.144 Euro. Im Jahre 2011 führte dieses Unternehmen Maßnahmen zur Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeiter durch. Mit dem Ergebnis, dass 420.318 Euro an Entgeltfortzahlungen anfielen. Ziehen wir Bilanz, erhalten wir einen Ertrag von 209.826 Euro. Die Kosten für diese Maßnahmen beliefen sich auf 99.250 Euro. Firma AGMBH hat 110.576 Euro mehr als ohne BGM-Wassnahme. Fügen wir diese Zahlen in die Kölsche Formel ein, rechnen wir 209.826 Euro geteilt durch 99.250 Euro. Ergibt einen Return on Invest von 2,1 zu 1 Euro. Sie merken schon, Prävention und betriebliche Gesundheitsförderung lohnt sich. Auch für Arbeitgeber. Wenn auch Sie Arbeitgeber sind und von diesem Return on Invest profitieren möchten, dann senden Sie einfach eine Mail an hartmut.knorr.athtp-till.de. Ich sende Ihnen dann weitere Infos zu.